Recht herzlich willkommen zur 240. Folge vom Kerbel Space Programm. Ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben und den Tilbert, den müssen wir jetzt mal da irgendwo noch abholen. Dann wollen wir mal gucken, dass wir den irgendwo finden, oder? Orbit von Kerben, das ist ja nicht so ganz so weit weg. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie die Karte aufrufen. Und dann müssen wir mal gucken, ob er hier Visa... Kerben Station haben wir hier. Delberus haben wir da. Wo ist denn der? Ach, da flieht auch noch einer. Ne, da ist die V6. Ja, die wollten wir jetzt nicht auswählen. Ja, super geklappt. So, da wieder hin. Kerben Station ist klar. Delberus ist auch klar. Wo ist denn der dann? Minmus V6. Ach jo, hier ist noch eine grüne Bahn. Ist da einer drauf, oder? Minmus V6. Minmus V6. Wo fliegt denn dann da bitteschön einer, den wir abholen müssen? Tracking. Achso, wir sollten vielleicht mal hier hingehen. Wo ist denn der? Copper. Minmus V6. Ne, das ist das ja nicht, ne? Rescue, T-Bild. Da sitzt er nicht drunter. Da sitzt er auch nicht drunter. Da ist Tom Ford dran. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Location soon. Kerben Station. Wer sitzt da dran? Ah, da sitzt er noch mal hier. Hier sind da drunter. Okay, aber irgendwie hätte ich jetzt noch den Kollegen gehabt, den ich da retten soll. Wo ist denn der? Ist der hier bei? In irgendeinem Wrack? Ach, das kann ja nicht sein, oder? Mach die mal wieder aus, die will ich ja nicht haben. Toggle Sides. Ah, die ist da, brauche ich aber nicht. Flangen brauche ich auch jetzt gerade nicht. Netzwerke. Das ist jetzt nicht das, was ich haben möchte. Länder. Probe ich eigentlich auch nicht. Ja, das ist ja spannend, ne? Wo er dann rumfliegt, weiß ich nicht. Kann leider auch nicht auswählen, oder sowas, ne? Beuchtet, okay. Haben wir noch irgendwas anderes hier offen? Contracts. Das ist, äh, falsch. Ich weiß leider nicht, wo er ist. Wir haben jetzt die Kerbenstation hier angeleuchtet, oder? Da ist noch ein D-Boys, und das zweite ist hier. Fliegt ja jetzt hier den grünen Kreis rum, oder was? Also das ist auf jeden Fall noch eine Aufgabe, ne? Und da ist auch noch eine, ja? Aber da ist gar kein Fahrzeug zu sehen. Ach doch, da müsste es sein. Tja, da ist jetzt hier vorher, wo das ist, ne? Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Das ist effort vom Orbit of Milmus. Ja. Krasse Geschichte. Das ist da hinten. Kerbenstation ist hier. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ist es in die anderen hier? Was verdient ist da drinne? Und wer ist da drinne? Der Ford, den holen wir auch noch zurück. Jetzt wäre einfach zu sagen, diese eine Bahn ist wahrscheinlich dann der Tilbert, oder wie hieß er? Wir fliegen da einfach mal hoch und gucken da mal vorbei, oder? Wer macht das Sinn? Öffnen wir mal, ja? Minimus V6, ne? Rescue Curb at Orbit. Das ist doch unser... Nehmen wir die. Mit der fliegen wir da... Achso, das ist... Ne, das ist dann eine Dreierkapsel, ne? Ja, ne, das... Ja doch, machen wir. Setzen aber nur einen rein, ne? Ingenieurwissenschaftler. Was machen wir mit solchen Leuten hier, die noch einen Stern haben? Ja, haha. Den Bob nehmen wir mal raus. Das ist der Bodger, können wir den nehmen wir mal mit. Den... 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 Den einen Platz brauchen wir, um den zu retten. Ihn nehmen wir mit, keine Ahnung warum, aber wir nehmen den mal mit. Increased drill efficiency engine... Können Fehler reparieren, okay. Ja, nehmen wir den nochmal damit rein, einfach. So, und dann starten wir die Kiste ganz einfach auch noch das und gucken, dass wir da hochkommen erstmal. Und dann schauen wir weiter, oder? So, haben wir nur ein Triebwechsel, okay, wenn das geht, probieren wir es aus. So viele Fallschirme. Hm. SAS an. Und dann geht auch, guck mal, der kann schon ganz schön viel, ne? Der Bodger, der hat was gelernt. Okay, dann 3, 2, 1, go. Okay. Gucken wir ja gerade nicht beide begeistert, ne? Kommen wir hier eigentlich. Ist hier das Thermometer zu sein, ne? Da ist es, ne? Lass mal gerade hier reingucken, wo wir da schon sind. 6000 erst. Ist das hier eine Sandbank, oder das? Krass gemacht, auf jeden Fall, ne? Hier sind noch zwei mehr erschienen, nach außen. 17.000 sind wir da. Bisschen Energie ist da noch drin. Die Atmosphäre ist bald vorbei. 32.000. So, Luft ist hier wohl keine mehr. 48.000. Jetzt reibt es sich hier. 67.000. Jetzt können wir mal in die Waagerechte gehen. Okay. Den weg. Weiter geht's. Und zwar hier. Wo sind wir? 49.000. Okay, geht aber ganz gut so weit. Können wir das ein bisschen korrigieren. Vielleicht geht das, weiß ich nicht. Ne, so. drehen wir das dann runter? Ich glaube ja, oder? Ja, machen wir. Nochmal da reingeguckt. Ist jetzt ziemlich groß werdend, ne? Aber ist halt so. Ich glaube, jetzt sollten wir da bleiben, wo wir sind. Nochmal reingeguckt. Nochmal reingeguckt. Die Körbenstation, Rescue Körbenorbit. Und das ist Debris. Okay. Jetzt muss ich irgendwo gleich der Ding ins kommen. Die rennt uns gerade weg. Und jetzt sollten wir da mal gerade aufrücken. Dass wir da sind. Und dann nochmal brennen, ne? Tja. Spring mal bis da. Wieder reinholen hier ins Fadenkreuz. So, und dann wieder Schub geben. Dann kriegen wir das hier wieder hin, oder? Irgendwann muss ja jetzt mal da die Apoaps, ne, Pereapsis kommen. Da hinten ist er. Und gut ist. So, damit sind wir oben. Und jetzt ist nur die Frage, wo ist unser Auftrag? Wo ist er hier? Save, T-Bird, Körbenorbit. Sonst ist hier ja nix, ne? Das läuft. Ja, ist die Frage, wo der Kerl ist, ne? Habe ich irgendwas verpasst in der Richtung, dass ich sag, okay, wir müssen... Ah, nee, das ist ja Dämon. Nee, das kann nicht sein. Ja, irgendwo muss er sein, ne? Aber wo? Irgendwer schwebt hier noch rum und wir wissen nicht, wer. Hier ist der Körbenstation, das ist der Raumschrott. Und wir hatten noch eben auf der Karte im Dingensstudio noch ein mehr, oder? Vertue mich da jetzt. Radial nach innen, radial nach außen. Was ist das denn? Was bedeutet das? Achso, okay, dann dahin. Radial nach außen ist dann das Gegenstück. Was ist normal? Okay, und antinormal ist dann das Gegenstück, ist klar. Das können wir schon pro-rate und retro-rate. Und das ist der Stabilitätsassistent. Gut, das ist soweit geklärt. Das, was mir jetzt Sorgen macht, ist das, dass wir, ja, nicht wissen, wo der T-Word ist oder Tillbert oder wie auch immer hieß. Den brauchen wir jetzt noch, ne? Wo ist Tillbert? Gucken wir doch mal rein. Was ist hier die grüne Bahn? Was ist die grüne Bahn? Agency Reaction System, LTD. Okay, da sind wir unterwegs, die haben wir auf jeden Fall in den V6ern, das wird vielleicht noch passieren. Den Youngard weiß ich jetzt nicht, wo der ist. Das Ding haben wir jetzt in unserem Reparatoire, können es aber nicht testen. Das ist jetzt unser Problem. Tilbert, was macht Tilbert? Das ist die Frage. Keine Ahnung, wo Tilbert ist. Hier auf jeden Fall nicht bei, oder? Das ist jetzt unser neuestes Gerät, was wir schon mal hochgeschossen haben. Tilbert sein Gefährt oder Tilbert selber ist verschollen. Ich habe jetzt gedacht, dieses hier wäre das. Das ist jetzt die Frage, was das ist. So, geh mal raus. Geh mal da rein. Aktiv. Buck ist wieder da. So, jetzt ist er bei den Föhrer, wo es zu erhöhen wäre, oder? Das ist alles? Das ist ein Fehler? Das ist nicht das? Der Punkt. Der Typ ist erfunden. Das ist kein aber. Die Telefonkampagne ist von Leibnisch. Die Telefonkampagne ist ein Schlaf, das ist ein Alter. Das ist zwar ein Problem, warum wir hier sind, daher ist es der Zeit. ist er. Floyd Dynamics Research Labs Ja, gute Fahrer, ne? Agent Indoor Rescue Tibet from orbit of Corbin Floyd Dynamics Research Labs Reaction System Ltd. Tja. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo der ist, wer er ist und wie wir ihn kriegen, das müssen wir dann mal checken, weiß ich jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir machen aber hier erstmal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.